und da melde ich mich auch schon direkt wieder zu wort ja wenige tage sind vergangen um genau zu sein sind bei mir doch schon ein paar vergangen ich bin momentan immer noch krank zu der mandel entzündung kommen sogar gerade noch eine erkennung dazu mit zur nase und allem drum und dran ich habe keine ahnung wie beschiss ich mich jetzt eigentlich anhöre mir fällt mir gerade auf das mikrofon hat sich wieder viel zu laut gedreht ich muss das mal eben kurz regeln hoffentlich aufnahme stützt nicht ab bitte aufnahme stützt nicht aufnahme nicht abstürzen ja okay mikrofon ist gerichtet ja aufnahme ist nicht abgestürzt ein hoch auf den fenstermodus ja ich zocke im fenstermodus da muss das spiel kurz wieder fangen wir spielen aperture tag so paint gun testing initiative oder irgendwie so also die paint gun testing in innovation irgendwas mit paint gun auf jeden fall und man kann auch community test kann man bauen und da müsste ich persönlich noch den noch auf flow nenne ich jetzt mal also rom ist lp heißt er für euch ich muss rom ist lp überzeugen sich das auch zu holen dann können wir ziemlich hier in diesem modus test kann man bauen um uns gegenseitig den arsch vorzuhauen aber bevor wir das machen zeigen wir mal das offizielle spiel ich habe mir bei rahmstedt ein bisschen reingeguckt der let's play momentan also ich kenne den start schon aber danach weiß ich nicht weiter weil ich wollte mich nicht spoilern und ja gut dann mache ich das mal kostet so es grob ich glaube sechs sieben euro bei steam ist eine mode für portal 2 also man braucht portal 2 dafür aber ich finde das was ich bis jetzt gesehen habe lohnt sich also zauge ich direkt mal ich fange ja schon an direkt zu labern und das ohne ende also wir können fortsetzen was ich irgendwie bei mir keinen sinn macht und wir können hier deaktivieren kommentare der entwickler brauchen wir nicht ich gebe jetzt kurz zurück und ich habe mich vergessen option audio audio sprache deutsch open mic text einblendungen untertitel gesamter text audiosprache deutsch untertitel ja gut dann sollten wir nämlich jetzt auch untertitel haben weil ich glaube das ganze ist auf englisch interessiert aber nicht ich starte jetzt einfach mal und zwar mit aperture tag von vorne beginnen und wie schon gesagt ich kenne den start zwar schon aber das danach passiert kenne ich einfach nicht und also das was ich gesehen habe ist einfach toll weil es ist wie portal 2 nur anders und ich merke gerade mein wasser ist fast leer muss ich mir neues holen gleich also steht an meinem bett also muss ich irgendwie nur nach hinten greifen also läuft schon passt schon irgendwie also ja komm schon ladebildschirm werd fertig ich möchte zocken ja übrigens warum ich jetzt auch abstehtag mache also hier was anderes als portal 2 ich wollte mir jetzt nicht alle portal 2-maps vorne weg schnappen weil beim angry test und beim joshua habe ich gesehen dass das einfach nicht so viel ist und deswegen glaube ich mal davon aus dass ich jetzt hiermit ein bisschen mehr story ab boah fängt das schon geil an und mir ist gerade erst aufgefallen ich habe meine box noch angehabt sorry für den absolut beschissenen tonklang gerade gott tut mir das leid ab jetzt wird der ton besser bobsen sind aus hallo alex hansen hallo chris morrell hallo douglas hoekland hallo harry shellen hallo fahrt vielleicht habe ich nicht genug Zeit zum lesen hallo and welcome to the paint gun testing initiative you have been in hibernation for nein 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 we uh that doesn't seem right well it doesn't really matter please leave the restroom whenever you are ready soll ich die Toilette verlassen i know that bed might look comfy Ich habe mein Zimmer abgebaut. Irgendwann, das ist das Zimmer aus Portal 2 am Anfang. Erkenne ich doch sofort wieder. Oh Gott, meine Mausempfindigkeit ist zu niedrig. Sorry. Das fährt mir jetzt auf. Mausempfindigkeit. Drehen wir mal ein bisschen hoch. Ja, schon angenehmer. Schon viel angenehmer. Meine Toilette. Meine kaputte Toilette. Bauen wir einfach mal ein gesamtes Zimmer ab. Das ist ja viel ja scheiße. Oh, Getränkeautomaten. Können wir uns was holen? Da hat gerade sehr was von Stanley Parable. Also, habe ich noch nicht angezockt. Kennt ihr die Videos von Game One zu? Und warum ist gerade die D3 abgesperrt? Also, alle Türen sind offen. Nur die D3 ist verriegelt. Das ist das Zimmer von Shell. Ne? Aufzug. Äh, Jungs. Mein Aufzug ist nicht da. Jeronimo! Und ich sterb direkt. Weil ich gerade irgendwie beschäftige mich mal zu lesen. Deswegen habe ich eigentlich gerade nicht drauf gepasst, wo ich eben hingesprungen bin. Er wiederholt hat er das gesagt nochmal? Für mich? Nein? Gott. Wow. Okay, springen wir. Auch geil gemacht hier mit den Bildern. Moment mal, das ist die Leidenwende, ne? Ich glaube, die sind dann vor den Fenstern oder so. Damit man dann das Gefühl hat, man ist ganz woanders. Ja, super, springen wir mit dem Energietunnel. Sorry, meine Stimme macht es noch nicht ganz mit, dass ich so viel rede. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Ich glaube, ich muss da unten rein, oder? Das geht tief runter. So, hier haben wir einen Klotz. Hier haben wir einen Kubus. Hier haben wir eine Lichtbrücke. I was just informed that even if we are not testing yet, I am not allowed to mention anything that is mentioned in your profile. I hope they don't add this to my profile. Okay, ein Portal. Oh, cool. Wäre ich jetzt nicht mehr kriegen, dass das Ding da angeht. Oh, Turrets! Hallo, das ist ein klein Turrets. Ich mag die Turrets ja irgendwie. Oh, oh, oh. Moment mal, was haben die hier für Maschinen-Guns? Die sind ja cool. Und die Sprungplattform gibt es ja auch wieder. Aber jetzt verarschen die mich auch wohl, oder? Kommt ja mit den ganz einfachen Tests. So, aktiviert man die zwei. Geht mit dem dann hier hin. Und aktiviert da hinten den Laser, oder was? Ja, ich bleib immer stehen, wenn er was sagt, weil ich muss das lesen, weil mein Englisch ist zu beschissen. Da waren wir! Also, ich muss ja jetzt schon sagen, ist richtig geil aufgebaut. Also, ein großes Loop an die, ähm, Mona. Really nice job. So viel Englisch kann ich auch noch. Oh, guck mal, wir haben ne... Ich kann nicht schießen. Ich will aber nicht. Oh, ich kann ja gar nicht raus. Äh, Stuff, Flow, Stuff, Flow, Stuff, Flow. Äh, Aperture is experimenting difficult. We'll be back shortly. Also, Aperture ist gerade irgendwie tot. All right, why don't you try firing your gun, see what happens. Der braucht ein bisschen, bis das Geld fließt. Aber wirklich nicht lang. Aber das Regier, der geht ziemlich schnell. Der nächste sollte eine große Herausforderung bieten. Okay. Ich frage nochmal mal, weil? Also, das ist schon, äh, ne, ne Gewöhnungsache. Also, die Musik ist ganz richtig laut auf meinen Ohren gewesen, aber geil. Warum kann ich nicht mehr schießen? Ach, das deaktiviert meine Portalkan oder was? Juhu! Ah, da ist die Tür. Cool aufgebaut. Jo, ist mir aufgefallen. Ha! Direkt im Einzug. Okay. Ich spüre nochmal ein bisschen so. So, und damit man schön da und her springen kann. Freizeitig. Boing, 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 boing. Ach, schade, hier geht nicht. Und Geronimo! Also, die ganzen Tricks, die kennen wir ja schon aus, äh, Portal 2, aus einem normalen Spiel. Da hatte man das Ganze aber dann durch Portale verteilen müssen. Hier muss man es selbst verteilen. Das finde ich richtig cool gemacht. Geilo, ich treffe nicht. Scheiße. Also, es ist richtig geil gemacht, dass man die Farbe jetzt selbst versprühen muss. Ich stelle mir nur für später lustig vor, wie man das Ganze dann macht, äh, mit der, äh, mit den Portalen. Weil ich bezeichne, dass es so bleibt. Wir haben ja schon im Vorsprung allein ein paar Portale gesehen. So, es sollte ausreichen. So, bin drüben. Bringt mir. Ah, doch. Bringt mir was. Okay, also nicht weiter hoch. Oder einfach doch. Ist aber verdammt knapp bemessen, oder? Ah, ne, geht. Naja, hier ist es doch zu einfach jetzt. Ist doch jetzt echt zu einfach. Jo. Oh, ich weiß nicht, dass das Pinten alles gut und Spaß ist, aber das Pinten ist sehr schrecklich günstig. Also, bitte, bitte, nur sprayt, wo du denkst, dass es notwendig ist. Unsere Aperture-Science-Sentient-Washing-Servos wird Ihnen bedanken. Äh, Washing-Servos, dass sie das nicht übersetzt kriegen, das finde ich auch lustig. Äh, Washing-Servos, Wasch-Servos, also, ja. Die Putzfrau. Also. Oh, guck mal. Testkammer 2 von 16. Springen, falls nicht automatisch? Okay. Äh, Äh, ich hab Pinten, Rumpel, sag ich jetzt schon, bei Rabenschnetze gesehen, dass er automatisch speichern konnte. Wie macht er das? War das F5 oder so? Ah! Mit F6 speichere ich schnell und F9? Nein. F8? F7! Cool. F6 schnell speichern, F7 schnell laden. Weil hier und da sind die, äh, automatischen Speicherpunkte nicht so geil gesetzt. Deswegen wollte ich das eigentlich gerade wissen. Kacke! Zu spät reagiert. Ist so, wenn man da oben noch irgendwie so den Schnellspeicherpunkt setzt, wa? Dann hat man so ein Problemchen. Aber hier sind die richtig geil gesetzt, also, muss man ja schon sagen. Auf der Spiele erlebt, da sind die Speicherpunkte die richtige Kacke gesetzt. So, ein paar Jahre Let's-Play-Erfahrung hab ich ja schon, da kann man das auch so sagen. Ja! 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 Geklappt! Also, der Zaun-Trick ist richtig geil, also gefällt mir jetzt schon. Also, der Zaun-Trick gefällt mir richtig geil. Mal gucken, ob ich den finde für Minecraft. Weil, der macht ja auch Spaß. Da muss noch ein bisschen angemalt werden. Und da! Oh, cool! Ich kriege ein Kubus. Ich glaube, ich hätte das Feuer am Spitz müssen, oder? Pass schon. Oh! Oh, animal! Oh! Und ich erinnere mich die anderen Dinge, die wir tun, um zu testen zu checken. Ich sollte wahrscheinlich nicht das gesagt haben. Keine Worte, ich bin sicher, dass du gut bist. Schau mal, ich habe gerade die Dokumentation für diese großen Monatoren. Lass mich euch mal zeigen. Schön, nicht wahr? Jetzt kannst du mich schaust. Es ist nicht so schrecklich, dass du mich beobachten kannst. Denn du kannst mich auch beobachten. Wie cool ist das? Oh, die Tür. Lass mich das für dich. Geil gemacht, wie er einfach auf so einem Bürostuhl sitzt. Also bei Ram habe ich geguckt, bis er das zweite Gel hatte. Also hätte ich da noch nicht extra springen müssen. Gut zu wissen. Okay, also nicht extra springen. Das war auch falsch. Oder... Ne, doch geht. Achso, da kriegt es eine Plattform. Und dürfte es um die Tür. Okay. So genau, weiß ich leider nicht mehr, wie er es gemacht hat. Okay, ist auch nicht schwer. Bitte, Sprung funktioniert. Oh, funktioniert. Und hoch. Boah, darüber ist glaube ich so. Jo. Nein, 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 nein. Fuck, ich komme nicht weit genug. Ich habe echt gedacht, ich komme weiter. Habe ich echt gedacht. Ach... Äh... Kann ich dich öffnen nochmal? Ja, da haben wir sogar den Namen. Nicht ganz angezeigt. Oh, und cool. Ich kann mir so meine Freunde ansehen. Und ich bin sogar offiziell im... Ich wollte einfach nur nachgucken, ob ihr das für die anderen auch im... Jo, bin ich drin. Scheiße, geil. Ah, ah, ah. Entschuldigung. Niesen. Fast. Ich brauche noch ein bisschen mehr Farbe da unten. Das war jetzt gerade mir ein Versehen, aber geil, dass es funktioniert hat. Oh, ich sehe es. Jo, es funktioniert. Den wollte ich nämlich mitnehmen. Ich habe nicht gerade was gesehen, weil ich vergessen habe anscheinend. Nein, 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 nein. Gut, weil es gibt anscheinend mehr als eine Möglichkeit. Um genau zu sagen, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Scheiße. Scheiße. Nein. Gut. Safe. Jetzt da drauf. Und hoch. Gut. Da muss ich rein. Gut. Und jetzt, gleich wenn ich drüben bin, den Kubus verschwinden lassen, damit ich die Tür aufkriege. Habe hier oben das Ding gar nicht gesehen. Juhu. Kubus, spring in den Tod, spring in den Tod. Schöner Kubus. Der spuckt einen neuen aus und ich komme rein. Wenn ich den jetzt hier weg machen würde, dann wäre die Tür zu und dann wäre ich ein Problem. Oh, der kann uns im System beobachten, aber wir ihn nicht. Darauf finde ich schon wieder einen unfairen Teil, ne? Naja, also da fühle ich mich jetzt misshandelt. Scheiße, ich habe echt null Plan mehr, wie Rahmschitz er da durchgekommen ist. Ich bin übrigens sehr, ähm, zu verzeihen, dass meine Videos sehr verspätet kommen. Jetzt beginnt. Ein echtes Puzzle. Du musst all die Skills, die du in den vorherigen Chambern gelernt hast. Lass mich ein bisschen Musik aufbauen, um uns in die gute Puzzle-Solving-Suite zu bringen. Gute Glück. Wir müssen schon eine ganze Menge zu tun. Bye, Turret. Bye, Turret. Gut. Gut, Lichtbrücke. Gut, drüben. Baut mir wieder mal eine Lichtbrücke. Wollt mir eine Lichtbrücke bauen. Und hoch. Gut. Äh, ja, aber ich glaube, wenn ihr das Video seht, ist Rahmschitz viel, viel weiter, weil ich weiß jetzt schon, dass ich es nicht rechtzeitig hinkriegen werde mit dem Ablauten oder so. Ich glaube, der hat schon ein paar weitere Parts hochgeladen. Ich habe nur nicht geguckt. Ich habe keinen Plan, bei wie viel Part der gerade ist. Oh, ich bin tatsächlich runtergekommen. Moment mal. Äh, Kurus, sterbst du? Jo, er ist gestorben. Auch geil, ne? Wir hören sich heimlicher, wenn er einen Kubus holen muss. Tatsache, geil gelandet. Bin ich King oder was? Okay, anscheinend kann ich hier drin kein Gel fallen lassen. Dann auf an die Decke. Aus dem Scheißteil hier raus. Ein bisschen vorpumpen. Und oben. So, jetzt kann ich hier umlenken. Scheiße, gesprungen. Aber ich springe nie so scheiße, dass ich mich nicht mehr retten kann. Wow, wow, wow. Ich dachte schon, ich hätte den verloren. Ja, der ist oben gelandet. Habe ich mitbekommen. Wo war der scheiß Safe Point? Wo war der fucking Safe Point? Oh, cool. Der ist nochmal richtig geil gesetzt. Dann machen wir es einfach mal sicher. Na, fuck. Die Lichtbrücke ist ja aus. Wir haben es vergessen. Scheiße. Gott. Wenn man an seiner eigenen Doofheit verrecken könnte, dann wäre ich seit 3000 Jahren tot. Wetten wir? Oh Gott, wird das den Hommes freuen. Mit dem Spruch will er mich demnächst, äh, nageln. Ey, ich glaub's nicht. Ich war doch schon oben drauf. Spring ich so beschissen? Okay, ein Hoch auf die Lichtbrücke, sonst wäre ich tot. Ich kann mich umbringen. Schalalalala. Ganz vergessen, ich muss ja von oben drauf. Schalalalala. Ich bin so eine Niete. Ich bin soulator. Ich bin so recoge・・・ ah, ist hin.